Herzlich Willkommen zu South Park, Stab der Wahrheit, Part Nummer 3, ich bin Foxy und wir gehe... Oh, wir haben eine Nachricht von Kenny und 2 Nelz-Freundschaften. Äh, was steht denn hier? Kleid, fick dich Neuer, alles lief gut, bis du aufgetaucht bist. Dafür wirst du zahlen, das schwöre ich. Cartman, aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass unsere Freunde ein neues Level erreicht. Vielleicht sogar das Ultimative, but das gefällt das. Kalt ist aus Zeit- und Raumverband. Leute, niemand sitzt beim Essen bei ihm. Warte, niemand sitzt beim Essen bei ihm, mir egal, was für Früchte, Früchtsnacks er verteilt. Äh, Klicke auf, gefällt mir, wenn du das, äh, wenn du findest, dass die schönste Maid... Ich lese ne Scheiße zusammen. Klicke auf, gefällt mir, wenn du findest, dass ich die schönste Maid im ganzen Land bin. Äh, Scott und Anna haben das geliked. Also Prinzessin, äh, Kenny, du musst das nicht ständig posten. Äh, müssen wir eigentlich noch mal hin. Ich bin hier. Ich muss da hin. Ich muss weitergehen. Immer weiter. Hallo, wie bist du denn, schöne Frau? Was? Kann ich das hauen? Ja. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Piu. Tschüss. Tschüss, Vogel. Ich hab nichts gegen Vögel. Und nichts gegen Vogel. Äh, Vogel. Vogel. Jimmy. Oh, wir müssen ja voll für die Schlüssel finden. Kann alles kaputt haben. Hallo, ein Zuhause? Nee. Können wir mal ein bisschen laufen hier. Das dauert viel zu lange, das ist ja nicht. Hallo. Hallo. Ich bin tatsächlich schneller bei Facebook-Messagen, als ich zu sprechen. Hier, das wird einfach schneller gehen, wenn ich dich freundere. Alles klar. Noch mehr Freunde? Hallo. 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 Wenn du mich nicht beachtest, zerstöre ich deinen Snee-Mann. Stopp. Ja, ja. Da. Äh, König Gärtner. Da, das... Das ist deutlich einfacher als reden. Naja. Jedenfalls hab ich das Gefühl, dass es zwischen dir und mir eine echte Verbindung gibt. Diese Facebook-Message. Äh. Schon so weit? Ich bin schon so weit, kann das sein? Juh. Ich muss durchlaufen. Ich muss euch weiter stehen. Das hier oder was? Nee, schon bin zu weit. Ah, das ist das. Okay, die Karte ist so aufgebaut. Okay. Wer ist denn hier nochmal? Überlass ich uns überrechnen. Schauen Sie an Craig? Ja, er kann nicht spielen. Er ist in Detention. Es ist etwas, was über die Prinzipien auszupacken. Ich bin extra hier hingelaufen. Und dann ist der Arsch nicht da. Wo sind die anderen denn? Da oben. Tokens Haus. Wo ist das denn da oben? Da oben. Ach du Scheiße. Also wir gehen jetzt hier hoch. Dann rennen wir ganz komplett da. Und dann sehen wir irgendwann das Gebäude. Deal. Deal. So machen wir. Kenny. Nee, Timmy. Das brennt nicht. Warum grönt man den Winter? Leute, gibt's. Die gibt's gar nicht. Kann ich hier nicht hoch? Doch. Ich wollte gerade sagen. Nein. Facebook-Ansatz. Ich wollte aber eine Einfrage von dir. Guck mal, hier ist ein Turm. Der China-Mann. Äh, Karte. Scheiße, ich bin ein zu früh abgebrochen. Aber hier. Hallo. Nippel? City-Sushi. Warum ist das denn so zerstört? Einige Kinder hat mir die Worte von der Pantel hier öffnet. Da, 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 da. Speed Nummer 25. Hallo. What? Tür-Zerstörung. Tür-Zerstörung. Nein, nicht nur wieder. Hey, Frau. Bleib stehen. Okay. Was stand denn da? Trage etwas, um dich vor dem Pferd bei des Fachmanns zu finden. Finde dir wegen der bewachte Gemeinde, um ihn zu rütteln. Aha. Steht da irgendwas auf der Karte? Natürlich nicht. Das kann lustig werden. Ach, hier ist... Ach, du Scheiße. So weit. Oh, er ist eigentlich gar nicht so weit, ist, ne? Wir gehen ja mal dahin. Was hat denn Karte mehr gepostet? Also, gut. Alter! Jemand hat gerade ein Video gelangt, wie du eine Ladung in der Ass abgekommen hast. Warte, das muss ich mir nochmal ansehen. Hahaha. Wenn man weiß, was kommt, ist es sogar noch lustiger. Drei Leitlinge. Butter sind hinter mir und... Bei Jemus Waffen gibt es eine Auswahl von Geist Waffen, die Pfefferspray als Hilfverteilung total nutzlos werden. Komm vorbei. Achso, man muss eigentlich das... ...zoll gucken. Wenn man so denkt, es ist eigentlich gar nicht so groß. Ich bin ja... Hallo, ich will deine Facebook-Anfänger... Ups. Was meinst du da? Fix ab. Feucht und vorziehen, wie? Wie ist das? Oh. Das waren elf. Nackte elf. Jau. Langsam halt ich's gerade raus. Jo, ich warte. Bis sie geht. Ziffl. Ey, da Waffenstein! Du Hundesohn, du... Oh, hier ist noch ein Toter. Jimbo. Jimbo. Hallo, Jimbo. Oh, ein Kaffee-Typ. Der raucht eine Zigarette. Jimbo. Hallo, Jimbo und Ned. Wow, was bringt dich hier heute? Business oder pleasure? Oder vengeance? Vengeance! Du hast du in den richtigen Platz. Das ist ja noch ein... Ich habe die ganze Zeit gesehen. Ich habe die Leute, die ich mitgebracht habe. Und, um... Was ist das? Ich habe dich schon gesehen. Du bist der neue Kind, der in die Stadt. Und du bist in die Küche, oder? Na ja, du bist in den richtigen Platz. South Park ist voll von Sachen, die du schützt, die einen Taxidermist, oder einen Schädel-Animal-Death-Enthusiast. Es ist nicht viel, dass ich einen Miner verkaufen kann, dank der dumme Demokrat. Aber wenn du dich wirklich ein Küche verletzt hast, dann könnte ich dir ein bisschen besser. Du solltest... Langswert. Die Gasmaske. Natürlich kaufen wir sie. Das Wildleben ins Hausdruck. Können wir auch kaufen. Yo. Mord? Mord? Was kriege ich denn hier alles? Ach so. Müssen wir die Maske einschieben? Ich will aber die Maske nicht einschieben. So, jetzt kannst du mich nicht mehr besägen. Was macht ihr denn hier, ihr Rumpelkekse? Aua, die haben mich zuerst gepuncht. Es ist ein guter Weg zu sterben. Für dich das ist das. Eierdreht. Du wirst dafür bezahlen. Hammer der Gerechtigkeit. Nein, 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 nein. Ja, knapp! Du powiedział das genauer. Hahaha! Mhm! Wie gesagt! Die haben uns getötet, ihr Schweine! Die sind besiegt! So schnell geht das also? Ich wollte das halt nur probieren. Ne, Spaß. Auf versehen. Nochmal! Drücke immer A, wenn deine Faust nach unten geht. Jetzt hab ich's raus. Warte, was ist das? Na, 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 na. Na, so geht das! Ich los schnitt dein Alvar! Aua! Du Sau! Okay, du kannst gut können, Tim. Zaun der Nacktölfen! Besiegen wir erst den hier unten. Los, Patash! Heil dich! Heil mich! So einfach geht das! Jetzt weiß ich, wie die Scheiße geht. Das ist ja... Pipifax! Das ist doch Wahnsinn! Total Wahnsinn! Ich hab bald was verloren. Aber looten wir sie. Dann muss hier noch einer sein. Wir müssen uns gleich die Maske noch mal anziehen. Dann gehen wir rein. Dann sind wir unbesiegbar. Gibt's da was zu essen? Essen? Hallo, Mr. Mungoans! Geht! Hier ist kein Kampf. Hier ist kein Kampf! Hier ist kein Kampf! Fick's her! Hallo, willkommen zu Schiwack! Ich nehme alle Prüse! Die einzige Sache, was wir heute machen, ist das Mungoan Bede. Mungoan Bede, soo gut! Oh, ich liebe es! Oh, hallo Mungoan! Mungoans! Schhh! Mungoans sind aufzuhören. Sie haben mich letzte Woche geworfen. Act natural. Oh, ja! Mungoan Bede, so gut, nicht wahr? Es ist nicht gut, überhaupt nicht! Es ist gross! Es ist nicht! Du hast Mungoan Bede, du schützt deinen Pant für fünf Tage! Hallo, Mungoan! Bitte! Du musst mich helfen! Schau! Die Mungoans sind alle riven wie Rats in der Tauern von einer Piste neben der Tür. Ich werde die Kinder hier verhalten. Du gehst auf der Tauern und schützt alle ihre Kinder! Schützt alle Mungoan Kinder! Die Mungoans denken, dass dieses Zimmer nicht ein seltsamer Ort ist! Sie gehen weg! Geh, geh! Schützt alle Mungoan Kinder! Oh! Hallo, Mungoan! Die Mungoan Bede, soo wie ein Rhin-O-Rich-Aschloch! Die Mungoan Bede, soo wie ein Rhin-O-Rich-Aschloch! WTF? So. Schlüsselchen Friedensturm Auf die anderen Seite. Was zu schaust du, Pussje? Alter, wo kommt die denn her?! Alter, wo kommt die denn her? Hist du das? NACHT DU MAL! AGT WINDER MINDER MINDER! Ich besiege erst den Dudu! Dudu tot! Los, Batas! Ich wollte auch sehen, ob das funktioniert! Kumu, du bist NG Piss! Tschüss! Wir haben es wieder geschafft! Wir können jetzt hier reingehen? Warte mal... Wo haben wir denn? Aber bevor wir da reingehen... Oder... Das sehen wir aber erst im nächsten Part, Wie wir da reingehen... Und die mongolen Kinder... Snetzeln! Also bis zum nächsten Mal! Ich wünsche euch euer Faxi! Ciao, ciao! Mau, Mau!